Wir kontrollieren jeden Einzelnen. Moment mal, das will ich mir näher ansehen. Zeig mir nochmal deinen Punkt. Etwas langsamer, bitte. Na los jetzt! Dieser Punkt ist fake. Sie wurde nicht ausgewählt. Wir haben es schon erlebt, dass Leute versucht haben, ihren Punkt zu verdecken. Aber jemand, der sich freiwillig einen Punkt hinmalt? Hören Sie, jetzt haben Sie doch genug Personen, die geopfert werden sollen. Akzeptieren Sie mich einfach und alles wird gut. Das geht leider nicht. Alle werden aus einem Grund ausgewählt. Aber wieso wurde dann meine Schwester ausgewählt? Sie hat es nicht verdient. Sie ist die tollste Person, die ich kenne. Sie ist intelligent, sie ist witzig, sie ist hilfsbereit. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was sie vorhat. Ich bin die Auserwählte. Lasst sie bitte gehen. Ich bin die Auserwählte.